In diesem Video werden wir das tun, was wir schon alle getan haben. Und wenn es nur für die Memes ist. Wir werden einen inzestuösen Kreis mit unserer Familie schließen und abartige Monster, ich meine natürlich wunderschöne Wesen erschaffen. Brother, eeeh, what's that? Die wird das mächtigste Reich in diesem Spiel brechen werden, und zwar das Abbasid Reich. Von innen heraus mit ihren ekligen, verformten Tentakel. Wir werden dabei versuchen, einen der schwersten Erfolge, den perfekten Kreis zu absolvieren. Denn da müssten wir so weit in das inzestuöse Spiel einsteigen, dass es nur noch ekelhaft wird. Also haltet eure Rechteimer bereit, und jetzt steigen wir ein. Warum starten wir ausgerechnet hier im wunderschönen Lare, was wir um den Augen benennen sollten, wartet. Ach, viel besser. Inzest ist da natürlich, nicht zah oder sowas. Warum starten wir hier? Wir sind nämlich in einer nicht so schönen Religion, die Ascharia genannt wird. Ein muslimischer Glaube, der eine sehr merkwürdige Idee von Inzest hat. Und das ist nämlich diese Haltung zum Inzest fetternden. Wir dürfen nur unsere Cousins, Cousinen heiraten, was ja irgendwie ziemlich langweilig ist. Wir wollen unsere Kinder heiraten. Ich weiß nicht, warum die so rüde sind und das nicht zulassen wollen, aber wir werden auf jeden Fall andere Wege finden müssen, um das durchzusetzen. Und ihr seht schon, hier ist eine wunderbare Religion, Mazda-Ianisch. Und dieses Mazda-Ianisch können wir nutzen, indem wir einen schönen Abend, Namenszürm, einmal diese Religion benutzen. Denn in dieser wirklich einzigartigen, und ich sag mal auch der einzig wahren Religion, können wir nämlich mit diesem Grundsatz eine monogame Hochzeit mit unserer engsten Verwandtschaft, zum Beispiel unserer Tochter, oder unseren Sohn beginnen, und werden dafür sogar noch gefeiert, indem rein blütig eine Tugend ist. Rein blütig habe ich mir nichts mehr nicht gegeben, damit es nicht zu einfach wird. Diese perfekte Religion bietet außerdem eine Haltung zum Inzest unbeschränkt. Natürlich, Perversionen sind verpönt, das ist klar. Das kann man auch verstehen, wir wollen nicht pervers werden, aber unsere Kinder heiraten, das ist okay in dieser Religion. Und dadurch ist sie eben die perfekte Religion, die wir für dieses Playthrough haben können. Doch bevor unser guter Assis seine Reise in die vollkommene Kreishaftigkeit des Inzests begehen kann, müssen wir diese Religion annehmen und am besten noch etwas reformieren. Denn das Problem ist, unser Lehnsherr ist natürlich auch ascharitisch, genauso wie unser Unterlehnsherr auch ascharitisch ist. Was eben bedeutet, dass er uns nicht unbedingt mögen würde, wenn wir unsere Religion ändern. Wir können uns zwei Tricks daran anwenden. Der erste Trick ist, wir reformieren die Religion so, dass wir uns einfach dem Synkretismus des Islamens anschließen und damit von denen hier schön gemocht werden und wir wirklich hier gute Freunde werden. Außerdem können wir unseren Lehnsherr bestechen, dem wir irgendwie mehr Abgaben geben und dadurch unsere Religion auch behalten können. Denn selbst wenn wir einen Synkretismus haben, fordert doch der Lehnsherr ab und zu mal gerne diese Konvertierung. Denn warum eigentlich ein Lehnsherr? Wir wollen einfach Ruhe haben. In unserem Inzestistan wollen wir uns nur ein Herzogtum gönnen und zwar Farz. Farz ist ein sehr interessantes Herzogtum, das wahrscheinlich kaum jemand von euch kennt, denn hier drin liegt Shiraz. Und Shiraz hat einen der stärksten Gebäude, die direkt am Start gespaut worden sind. Und zwar das hier, den Mahalo-See. Dieser Mahalo-See gibt unfassbare 60% Entwicklung und 0,1% Entwicklung flat pro Monat. Plus noch Volksmeinung, Bildung und Anspannungsverlust. Ist also ein unglaublicher Gewinn und wir können wunderschön in vielen, vielen bösen, dunklen, heißen Bergwüsten spielen, die von den ersten Blick sehr schlecht wirken. Mit diesem Sondergebäude und der persischen Kultur, der wir angehören, können wir allerdings mit diesen tollen Bewässerungsfachleuten richtig, richtig viel davon profitieren, dass wir in Wüsten und Trockengebieten starten. Denn der Trade Bewässerungsfachleute liefert uns enorme Vorteile. Wir können geniale Gebäude namens Kanaz bauen. Diese Kanaz sind so Wasseranlagen, die bringen uns Entwicklung und Gold dazu. Wenn wir das in Shiraz reinbauen, werden wir extrem davon profitieren. Außer man hat die persische Kultur zusätzlich durch die Bewässerungsfachleute noch mehr Entwicklung in Trockengebieten, wovon wir auch einige Gebiete haben, sodass wir in Bergwüsten eine der stärksten Gebiete haben, auch wenn man es erstmal nicht erwarten würde. Denn Bergwüsten, wenn wir hier einmal reinschauen, haben nämlich eigentlich einen ekeligen Entwicklungszuwachs von minus 50 Prozent. Richtig schrecklich, aber es ist durch diese genannten Methoden extrem stark, dieses ganze Gebiet zu bewirtschaften. Aber ja, genug davon. Wir sind ja eigentlich dafür da, um hier wirklich einen wunderbaren, inzestuösen Kreis zu schließen. Aber wir müssen halt ein starkes Herzogtum nachher errichten, damit wir wirklich eine Chance haben, das riesige Abassidische Reich zu brechen. Wenn wir mal vergleichen, dass wir lächerliche 500 Truppen haben, während der Abassid über 4000 Truppen verfügt, müssen wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Gerade, wenn wir uns schön zurückgezogen in unserem inzestuösen Wüstenreich ausbereiten wollen. Jemals Eingemachte, was hat Assis eigentlich noch zu bieten? Naja, nicht sehr besonderer Traits, er ist aber ein guter Krieger, können wir vielleicht nützen oder nicht. Wie wichtiger ist, was für Kinder, die wir wirklich innerhalb unserer Familie verheiraten können, haben wir? Wir haben ein ganzes Ein Kind. Wir haben keine Eltern, keine Großeltern. Unsere Familie besteht auch wirklich nur aus unserem Kind und uns. Was ganz gut ist für das achievement tatsächlich, denn da solltet ihr möglichst wenig Verwandtschaft haben. Aber das Problem ist eben, wir können momentan noch keine inzestuöse Ehe eingehen. Wir haben auch das Problem, dass wir erstmal unsere Frau loswerden sollten und uns am besten irgendwelche, ja ich sag mal, inzestuös passenden Fähigkeiten wie abscheulich, schuppig oder sonst was anlachen sollten, um diesen ganzen Playthrough und den ganzen Szenarien so einen richtig schönen Kick zu geben. Somit heißt es abwachten, wir müssen gucken, dass unsere Frau nochmal schwanger wird, wir passende Kinder haben, um sie zu heiraten und uns dann erstmal gegen unseren ersten Lebensjahr auflehnen, der leider sehr stark ist, überwerfen müssen, damit wir hier gemütlich unser Inzest auch durchziehen können. Mit diesen zwei großen Aufgaben, nämlich Frömmigkeit zu sammeln und unseren wahren Glauben anzunehmen und zu reformieren, sodass wir uneingeschränkt inzestuös sein können und unsere Truppenstärke zu erhöhen, begeben wir uns hinab in momentan noch Fast, was bald Inzestistan sein soll. Schon kurz Zeit später können wir Zoroastrismus annehmen, denn wir haben in einer Grafschaft hier den Glauben drin und wir haben diese Sonderentscheidung, die es durch diesen DLC von Persien gibt und natürlich nehmen wir das sofort an. Masterismus ist ab jetzt unser geheimen Glaube. Den können wir jederzeit einfach mal offenbaren. Jetzt können wir mal erstmal in Ruhe werden, wenn wir den als geheimen Glauben haben, Frömmigkeit pumpen, sodass wir das nachher auch wirklich reformieren können, um hier auch einigermaßen sicher durchzukommen, bevor wir komplett auf die Fresse bekommen. Ich habe eine schöne Riesin bekommen, immerhin, aber kein Schuppig, kein Abscheulich, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Die Leute sind einfach viel zu schön hier. Ich kann wirklich massig intelligent und schlaue Leute nehmen. Es ist wirklich eine Schande, dass es hier kaum so missgestaltete Personen gibt. Zehn Jahre später und Inzestistan konnte sich das ausbreiten. Allerdings sind wir jetzt auch unabhängig von dem Arabischen Reich, was ein kleines Problem darstellt, da wir ziemlich schwach sind. Und an der Kinderfront, naja, der gute Aziz ist ziemlich melancholisch geworden, ich kann es auch verstehen, denn ihr seht, zwei Kinder nach zehn Jahren. Das eine Kind ist wenigstens ein Riese geworden, wenn auch kerngesund, was natürlich irgendwie unseren Planen widerspricht, aber ganz ehrlich, das nehme ich mit. Das Problem ist, wir brauchen aber ein Mädchen, um unseren Kreis zu schließen. Solange wir das nicht bekommen, sieht das süß so aus und wenn ich so die großen Reiche um uns herum sehe, neben dem kleinen süßen Fass, schwierig. Fünf weitere Jahre, und wir haben es geschafft, wir haben vier neue Kinder bekommen und zwei Mädchen darunter. Das heißt, jetzt können wir loslegen. Wir haben allerdings noch zwei Punkte zu erfüllen. Wir müssen erstens Herzog werden und wir müssen zweitens unsere Religion annehmen und reformieren, um auch wirklich sicher zu sein. Weil die Situation hier in Persien, wie ihr seht, ist ziemlich durchwachsen ist und es hier nicht ganz so einfach ist, auch unseren Lebensjahr mit 3000 Truppen zu übersteigen. Denn wir haben zwar ein Bündnis, aber nur mit 1500, mit einem Kind. Das bricht also nicht die Regeln, wir können damit keine Kinder bekommen. Ja, aber so einfach ist es nicht, und damit ist die Situation ein bisschen vertrackt. Wir müssten hier unseren Lebensjahr anbrechen, damit wir unsere wahre Religion annehmen können und nicht direkt von ihm wieder zur Konvertierung gezwungen werden. Aber ihr wisst ja, wie es in Zestistan heißt. Könnt ihr nicht mit ihm reden, müsst ihr ihn töten. Deswegen beginnen wir einfach einen Mordkomplott und hoffen, dass wir damit seine Macht brechen können. Und ehrlich gesagt, auch um uns irgendein Reich anzuschließen, denn hier alleine unabhängig zu sein, mit nur in Zest zu übernehmen, das wird nicht lange gut gehen. Leider ist uns unser Lebensjahr zuvor gekommen und hat uns den Krieg geklärt. Warum genau, das weiß ich einfach nicht. Ich glaube irgendwie, weil wir unser Geheimnis herausgefunden haben, naja, sei es drum. Während des Kriegs ist er dann gestorben, hat dann irgendwie sein Gebiet hier oben hin abgegeben und ja, wir haben halt unsere Verbündeten in den Kampf gerufen, haben mehr Truppen. Keine Sorge, ich versuche natürlich so wenig wie möglich an fremde Kinder herauszupressen. Five minutes later. Schaut es euch an. Wir haben ihn mit dem Krieg geführt, dann ist er abgesetzt worden und wer ist jetzt an der Macht? Jemand, der den wahren Glauben folgt. Ist das nicht wunderschön? Das heißt, wir können uns ganz offen zu diesem Glauben bekehren, unseren geheimen Glauben öffentlich machen. Endlich können wir unsere Religion nutzen und damit können wir die heiligste aller Ehen eingehen und zwar mit unserer Tochter Gollnatz oder auch genannt die Kreisformerin. Denn das ist ihre Aufgabe. Sie ist unsere Kreisformerin, mit der wir naja, eine gewisse Chance haben, nur 4,9 Prozent, ey, ganz okay, hinzüchtig zu werden. Aber da wir den Heiligen Bund eingehen, ist das vollkommen in Ordnung. Natürlich muss auch unser Erbe dieses heilige Bündnis eingehen mit unserer anderen Tochter. Arvane, auch du sollst eine wunderbare, heilige Ehe nach unserem wahren Glauben eingehen. Viel Glück dabei. Wir drücken wirklich die Daumen, dass nicht so viele Verstümmelungen dabei rumkommen. Für unseren nächsten Schritt werden wir nun unserem Lehnchen noch einmal den Kick erklären. Wir mussten ihm sogar helfen, eine Invasion abzuwerden. Das ist schon echt hart und am Rande des Wahnsinns hier. Man kann es nicht mit dem Video transportieren. Aber hier, was in Persien abgeht an finanziellen Eroberungen und so weiter, ist wirklich brutal. Und wir werden jetzt die Forderung durchsetzen, joink. Und damit haben wir natürlich einen Krieg gegen ihn. Und diesen Krieg werden wir natürlich nur durch unsere Verbündeten gewinnen. Hoffe ich. Mit einigen entschiedenen Schlachten und ein paar Belagerungen konnten wir 100% erreichen. Und damit unser Ziel, unser zweites Ziel erreichen. Denn jetzt haben wir einen Herzogsturmzettel und können damit auch schon unsere Religion reformieren. Doch bevor wir das angehen können, machen wir erstmal einen sicheren Schritt und schließen uns den Arabischen Reich an. Denn ihr seht schon, wir können Treue schüren und zwar mit den besten möglichen Optionen. Nämlich unsere Religion ist geschützt und das ist exzellent. Damit haben wir eigentlich bei mal absolviert. Das ist sehr nice. Damit können wir ihn auch direkt anbetteln gehen, so wie es jetzt gehört. Nämlich um einen Ratsposten bitten. Ein extrem wichtiger Punkt, den ihr immer mitnehmen sollt. Gerade Ratsverwalter würde uns sehr gut tun. Aber alle Posten helfen uns irgendwo Prestige zu generieren oder eben Gold. Das ist exzellent. Solltet ihr immer tun. Es ist nicht schlecht, ein Vasaal zu sein. Ach schade. Leider nur Ratsmarscher geworden. Aber wie gesagt, jeder Titel hilft. Ihr könnt auch hier in euren Rat gehen und einfach sehen beim Läden, aha, hier sind der Ratsmarschall. Das heißt, wir haben weniger Gold und so halt für unsere Armee. Naja. Und aufgebotsgröße Tröße. Bestens ist natürlich der Ratsverwalter mit Abstand, weil euch einfach Geld generieren, zwar mehrere pro Monat, was schon extrem gut ist. Aber genug der Ratsspielchen. Nun ist es soweit. Wir können unseren Glauben ändern. Wir können ihn reformieren und das werden wir tun. Unser heiliges Machtstreben, eine inzestuöse Gemeinschaft auf der Welt zu schaffen oder zumindest im Arabischen Reich. Unsere inzestuöse super Grundsatz, der uns erlaubt, unsere Kinder zu heiraten. Und der islamische Synkretismus, da wir einfach ein wenig Sicherheit hier haben. Plus alle möglichen anderen Sachen noch, die wir hier gemacht haben. Vor allem Ehebruch ist verboten. Leute, es wird nur inzest gezeugt. Das ist schon mal ganz wichtig. Bei dem Polygam, damit wir noch ein paar, ich sag mal, Zweitfrauen haben, die gewisse Aufgaben für uns erledigen. Damit meine ich nicht Kinder kriegen, sondern Verwaltungsaufgaben. Also richtig schöne, ja, nützliche Ehefrauen am Rande. Und wir werden natürlich das hier nehmen. Ein perfekter Kreis, der die perfekte Lebensweise unserer tollen Dynastie darstellt. Denn wir haben heilige Ehen geschaffen. Wir haben uns vermählt mit unserer Tochter Kreisformerin. Wir haben unseren Erben vermählt mit unserer zweiten Tochter. Der Erbe heißt Riesenkreis 1. Und wir haben unseren dritten Sohn vermählt mit unserer dritten Tochter. Damit haben wir drei heilige Ehen, die unsere inzestuöse Lebensweise endlich vollends ausleben können. So wie es sein soll. Ich habe damit auch unserer Dynastie den richtigen Namen gegeben, nämlich Inzest Boogaloo. Und jetzt können wir uns wie ein Geschwür über diese Karte ausbreiten. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Kinderzeugen, damit unser inzestuöses Verhalten auch so richtig schön Früchte trägt. Dass wir auch wirklich ein prägnantes Bild im Arabischen Reich hinterlassen können. Und damit meine ich natürlich abgumtiv hässlich, verformt und widerwärtig. Aber wenn wir Glück haben, mit vielleicht sogar Reibütigkeit. Von daher, schauen wir mal. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit unserem Assis. 60 Jahre, melancholisch und jetzt an Krebs erkrankt. Das wird sein Ende sein und hat nicht ein Kind gezeugt. Seine Tochter mit 22 wollte er gerade verführen, um ein wunderbares, reines Kind von reinem Blute und überhaupt nicht pervers und abartig zu zeugen. Und jetzt, das Leben spielt über mit. So ist es nun mal. Aber gar nicht so schlimm, denn Riesenkreis 1 wird dann übernehmen und hoffentlich wunderbare, inzestuöse Kinder zeugen. Seit 27 hat er noch ein starkes Potenzial, unseren Ausbau hier zu gewährleisten. Und gar nicht so viel Konkurrenz, denn unser Erbe ist okay geregelt. Vielleicht ist es deswegen einfach Zeit für Assis, zeitliche zu sägen. Er hat viel geschafft, viel getan und deswegen kann er seinen verdienten Frieden akzeptieren. Wenige Zeit später tritt Riesenkreis 1 damit sein Erbe an. Assis ist seinem krebsverseuchten Körper nicht mehr gewachsen gewesen und ist dahingesiegt mit 61 Jahren. Aber wie gesagt, hat er alles geschafft. Von daher sollen wir ihm einmal ein dickes F in den Chat geben und das war's. Denn er hat alles erreicht, was wir eigentlich schaffen wollten. Und da bin ich relativ zufrieden. Und jetzt können wir mit unserem Riesenkreis hoffentlich ein paar inzestuöse Kinder erzeugen. Ich hab extra noch die andere Schwester geheiratet. Bisher hat nichts rausgekommen. Aber wir haben ein inzestuöses Kind schon hier bei Heriat Inzest-Bougaloo. Und zwar Assis. Nach unserem Kind Assis ein spindeldürres Kind. Inzest-Bougaloo mit null Jahren. Sieht er nicht wunderbar aus? Ist er nicht ein wunderschönes Kind? Meine geliebte Ehefrau und Schwester. Es gibt nämlich nichts Schöneres als die Liebe zwischen Verwandten. Denn was ist daran schon verwerflicht? Und deswegen haben wir sie jetzt als unsere Affäre gewonnen. Denn verflugte Scheiß, wir haben immer kein Kind. Und das müssen wir unbedingt nachholen. Da ist sie wunderschön. Eine riesen wie sie im Buch steht. Riesenformerin 1. Du wirst unsere Dynastie weiter in das inzestuöse Rattenloch hinein stoppen. Herzlich Willkommen auf dieser Welt. Du siehst einfach wunderbar aus. Doch einige Zeit später sieht es gar nicht mehr so rosig aus. Wir haben einen neuen Riesenkreis Former 2. Auch Riese eben geworden, was ganz nett ist. Aber unsere Schwester ist schon gestorben, mit der wir verheiratet waren. Unser Bruder ist gestorben und ermordet worden. Das heißt, unsere letzte Hoffnung hängt von ihr ab. Riesenkreis Former 1 und unserem Neffen, nämlich Assis. Anderes gutes reines Blut haben wir momentan nicht. Außer eben unseren neuen so einem Riesenkreis Former 2. Sollte er erwachsen werden und sie noch einigermaßen passend im Alter sein, werde ich die beiden verheiraten. Allerdings ist die Chance dann auf Kinder schon sehr gering. Es war keine sehr fruchtbare Saison, sage ich mal. Obwohl ich die größte Zahl unseres Lebens hier auf Schwerpunkt, auf Versuchung war, hat es leider nichts gebracht, dass wir jetzt übermäßig Kinder bekommen haben. Gute Nachrichten, wir haben unser Reich extrem aufgebaut. Das war halt eine schwere Phase. Ihr seht schon, wir sind schon einige Jahre drin. Aber die Phase ist jetzt stabilisiert. Wir sind sehr stark mittlerweile, haben ein sehr gutes Gebiet, auch sehr ausgebaut, hatten ein sehr starkes Problem mit Kontrolle, muss man einfach sagen. Aber theoretisch, wenn unsere Kinder, also unsere Kinder und wir und unsere Vereinigung Kinder hervorbringen würden, könnten wir diesen Zug so richtig schön zu Rollen bringen. Er, ja, weiß nicht. Er hat eine Verspätung wie die Deutsche Bahn. Hochzeit später können wir die heilige Ehe eingehen und ihr beachtet mal diese Zahl. Oh, das sieht gefährlich aus mit 97,4% für Inzüchtigkeit. Spindeldürr ist schon mal dabei, Riese ist dabei. Es wird also eine pure Freude, diese Hochzeit, diese Hochzeit beizubauen und diesen Kindern zuzuschauen, wie sie langsam immer mehr in die Verformung eingehen. Also würde ich mal sagen, wir feiern eine schöne Prachthochzeit und gratulieren den glücklichen, inzestuösen, heiligen, geweihten Paar. Und schaut sie beide auch an. Ist das nicht die vollkommene Liebe? Schaut ihren Blick an. Ein herrlicher, wunderbarer, verführerischer Blick der Freude, der Leidenschaft, einer wahren, reinen Ehe, die mit 97% Wahrscheinlichkeit inzestuöse Kinder hervorbringen. Ich muss mir ein bisschen die Tränen wegmischen, das ist einfach so schön. Crusader Kings 3 ermöglicht einem einfach Dinge auszuleben, die kann man einfach im echten Leben nicht ausnehmen. Na gut, vielleicht war man dann im Knast dann. Egal. Bei so einer so glücklichen Ehe kommt natürlich auch ein glückliches Kind heraus. Riesenkreisformer 3, Riesenkreisformerin 1, Sade, von Inzest Boogaloo, mit 0 Jahren, einen wunderbaren Trade namens Inzüchtig, der überhaupt keine schlimmen Konsequenzen hat. Ne, gar nicht. Und dem guten Riesen. Wir haben natürlich eine erhöhte Ausgangslegitimität. Warum? Weil wir eben den heiligen Trade in unserer Religion haben. Er ist einfach ein wunderbares Exemplar dieser wunderbaren Inzest Boogaloo Dynasty und wird hoffentlich viele Kinder bekommen, damit das Ganze mal so richtig schön ins Rollen kommt. Und damit meine ich, seine geistige Leistung, zu der er noch fähig ist. Auf Freude über die wunderbare und heilige Vermählung seines Kindes mit seinem Anverwandten hat unser guter alter Riesenkreisformer 1 unsere Frau mit 45 Jahren noch einmal geschwängert und sogar ein Kind herausbekommt, das weder inzestuös ist noch irgendwelche negative Traits hat, sondern nur kerngesund ist. Was ist hier passiert? Die heilige Vereinigung scheint gar nicht so negativ zu sein. Leute, so schlimm ist es doch gar nicht anscheinend. Das heißt, sie wird Kreisformerin 2 und die wird sich jetzt schön mal mit unserem Kind verloben. Guckt euch das an. Da haben wir für den Riesenkreis Format 2 direkt noch mal ein Kind. Ist das nicht herrlich? Wunderschön. Moment. Was sagst du? Inzestuöse Eskapaden, sagst du? Wer zum Teufel bist du? Das sind doch keine Eskapaden. Wer bist du, dass du so etwas sagst? Ich nehme es natürlich trotzdem an, ich habe keinen Bock auf Stress. Und jetzt werden wir hier schön euch vermählen, so wie es sein soll. Es gibt niemanden außer unserer Dynastie. Also schön. Tochter und Nichte von uns. Hm, dieser Ausdruck schon. Herrlich. 98,7% für Inzest. Genau das, was wir suchen. Eine perfekte, prachtvolle Hochzeit, die wir auch direkt mit einer Prachthochzeit feiern können. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Das absolut Lustige bei diesem ganzen Erpressen, was die Leute machen, ist halt, ich habe meine Schwester geheiratet und ich habe meine Kinder ganz öffentlich verlobt und so eine Prachthochzeit gefeiert mit meinen anderen Verwandten. Also was genau wollen die erpressen? Jeder weiß, dass ich meine Kinder besonders lieb habe und deswegen mit ihnen halt geheilige Ehen eingehe. Also ich habe keine Ahnung, was sie mir erpressen. Leider muss ich in der Spielmechanik trotzdem Ja drücken, also die Erpressung annehmen, weil sonst würde mich unser Lehnsherr vielleicht irgendwie rausschmeißen. Das Risiko möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen, nachdem ich hier schon ein paar Stunden verzweifelt mir dieses Achtsuchzum angeeignet habe. Damit stirbt auch Riesenkreisformer 1 mit 64 Jahren. Da wollen meine Leute immer nur 60 Jahre alt werden. Da hingestellt und damit ist Riesenkreisformerin 1 unsere Nachbarn. Ist es nicht wunderbar? Und dieses Kind wird uns jetzt hoffentlich mit den ganzen Kindern, die sie bekommen hat, also drei Jungs, ein Mädchen, wäre noch gut, in die inzestuösen Kreise noch etwas tiefer hineinsteigen lassen. Denn jetzt haben wir eigentlich genug Kinder mit auch noch einem Bruder, den wir noch ehelichen können. Aber wir brauchen eigentlich noch mehr Potenzial, um da noch etwas tiefer hineinzukommen. Wir brauchen sicher eigentlich immer Kinder, die miteinander verheiratet werden. Momentan mit drei Jungs ist das schwer und es ist eben auch nur eher Sorgen. Deswegen müssten wir auf jeden Fall unseren guten Bruder hier einmal dazu bringen, uns bitte zu heiraten. Denn ich würde gerne, dass du mein Ehemann wirst. Um unserem Bruder Riesenkreisformer 2 erstmal zu verstehen zu geben, wer hier das Sagen hat, haben wir natürlich seit einem Krieg erklärt, um uns dieses Gebiet hier zurückzuholen und werden ihn erstmal in den Knast stecken, damit der Hochzeit eigentlich auch nichts mehr im Wege steht. Ich muss nicht ehelichen, deswegen muss mir der Titel gehören. Das tut mir wirklich leid. Damit kommen wir endlich zum geweihten Ehe. Bruder und Schwester vereint in ewiger Harmonie. Ist das nicht perfekt? Wir haben auch noch eine Schwangerschaft, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr in diese ganze Spirale hineingehen. Wir müssen auch noch daran denken, unser Kind von unserem Vater, mal hier. Ihr seht schon, spindelnde Riese, inzüchtig, genau das, was wir brauchen. Diesen Sohn und sagen mal, ja, ja oder nicht, ist eigentlich egal. Ich glaube, als 99% Inzucht seid ihr, glaube ich, alle von der Familie. Von daher passt das, glaube ich. So, gute Riesenkreisformer 1 war super, super beschäftigt. Er hat den Inzest, inzestuöse, wunderbare, heilige Kinder erschaffen und kann jetzt sogar ihren eigenen Sohn heiraten und ihn verführen. Ach, da kann doch gar nichts schief gehen. Man kann es zum Beispiel sehr schön hier lesen. Ehemann und Sohn und Schwager von euch. Ganz normale Umstände. Um unsere abartige, kotzwürdige, inzestuöse Partie hier so richtig schön abzuschließen und den Kreis zu verändern, müssen wir natürlich unseren geliebten Ehemann und Sohn verführen. Das ist ja ganz klar. Also, die Liebe zwischen Verwandten ist doch nichts Verwerfliches. Und damit wird er unsere Affäre. Und wir hoffen, dass wir noch ein Kind rauspressen können, um den Kreis so richtig schön klein zu machen. Und wie es schon in der Bibel stand, wo die Liebe zwischen Mutter und Kind so stark ist, da wird auch ein Kind erscheinen. Ein Kind so inzestuös, so klein bekreist, dass es eine unglaubliche Wirkungskraft auf dieser Welt erreichen wird. Und damit willkommen, meine liebe kleine Kreisformer 5 Perfektion. Two hours later. Viel Zeit ist vergangen. Die Perfektion hatte sich einen Königreichstitel erobert, den Persischen hier und richtig umbenannt in Inzest Bougaloo. Unsere Vasallen haben auch bleißig weitererobert. Die Zetschuken haben wir schon ein bisschen, sagen wir mal, beseitigt mit freundlichen Methoden. Wir können also jetzt auch anfangen, unsere ersten Königreiche zu erobern, um unsere inzestuösen Vereinigungen an die Macht zu bringen. Denn auch unsere Perfektion war sehr aktiv. Ihr könnt es sehen, sieben wunderschöne Kinder, die sowohl unsere Töchter sind, Neffen und Cousinen. Ach, ist das nicht toll. Wir sehen uns zum Beispiel bei uns selber, unsere Mutter und Großmutter ist eine und dieselbe Person. Perfekt. Wir haben natürlich auch schon unsere beiden älten Kinder direkt miteinander verheiratet. Beide Spindeldürr und inzüchtig. Ach, eine tolle Vereinigung. Wir haben ein bisschen Maßvoll dazu gegeben, um ein wenig mehr Lebenskraft zu bekommen, damit die nicht direkt umkippen. Lüstern habe ich leider nicht hinbekommen. Natürlich auch ganz wichtig, wir brauchen nämlich nochmals einen Jungen und ein Mädchen, um sie zu verheiraten. Dann müssten wir eigentlich den perfekten Kreis schon haben. Und dann können wir eigentlich nur noch, ja eigentlich jetzt schon beginnen, die Königreiche einzunehmen. Aber es sieht langsam auch auseinander zu hebeln und damit unser gesamtes tolles, inzestuöses Reich zu vereinen. Beginnen wir doch einfach mit den Tzelschuken. Wie gesagt, wir haben schon einige von ihnen entsorgt und werden uns jetzt schön das Tzelschukische Königreich gönnen. Dann kriegen wir noch eine Heiligenstätte, die ganz nett ist und können unsere ersten Thronfolger oder unsere erste inzestuöse Zweigstelle richtig eröffnen. So ganz offiziell und nicht nur mit so läppischem Grafschaft. Eine kleine Belagerung, ein paar Kämpfe später. Und wir können uns das Tzelschukische Reich einverleiben, da wir den König gefangen genommen haben. Und damit haben wir einen Königreichstitel, den wir einen unserer wunderbaren, wunderschönen, inzestuösen Kindern zuteilen können. Als nächstes Königreich unterwerfen wir Makkan, um unsere Macht zu vergrößern und unsere inzestuösen Ränge zu verfeinern. Kein Schicksalsschlag, Jagd in anderen. Denn unsere perfekte Kreisform hat sich leider in den Selbstmord gestürzt. Gar nicht meine Schuld, auf keinen Fall, Leute. Jetzt sind wir mit der Sotana-Kreisformel 6 an der Macht gewesen und sie ist infolge ihres Inzestes gestorben. Verstehe ich gar nicht. Aber gut, lassen wir es so stehen. Wir sind jetzt damit in der zweiten, eigentlich sogar dritten Generation der inzestuösen Geschwister- und Mutter-Kind-Liebe, die einfach heilig ist. Natürlich heilig ist. Wir müssten langsam den perfekten Kreis erreicht haben. Außerdem werden wir uns langsam und sicher Dailam einverleiben, sodass wir noch ein Königreich haben, das wir nachher unseren inzestuösen Geschwistern geben können. Schorazan gehört bereits uns. Wir können den Makran gründen und Dailam ist hier oben bereits am Untergehen. Es sollte so sein, dass wir in der nächsten Generation, wenn wir endlich sterben sollten, mit unserem guten Kleinkreisformer 10, dem Pähler, der schon gebrechlich ist mit seinen Liebesbläschen und seinen inzestuösen Kinder hier hat, dass wir endlich den perfekten Kreis schließen können. Damit haben wir unser Ziel erreicht und können auch unsere guten, guten Könige einsetzen, uns von unserem bösen Lehnsherrn befreien und die wahre Macht an uns reißen. Wir haben einen Anspruch auf dieses ganze Reich, aber wir müssen halt schauen, dass wir nicht irgendwie versagen, bevor unsere Kinder an der Macht sind. Nach einem schnellen Mord gegen seinen Vater werden wir jetzt gegen sein Söhnchen kämpfen und uns das ganze arabische Reich einverleiben, so wie es sich gehört, um unsere inzestuöse Familie endlich an die Macht zu bringen, die sie verdient hat. Dann schauen wir uns noch einmal die Familien an und dann haben wir es geschafft, ein inzestuöses, das wäre wirklich anstrengend, ich sage es euch wirklich, inzestuöses Reich zu schaffen und das nur aus internen Hochzeiten bestand. Zumindest in dem Zweig, den wir konstruieren konnten, wir konnten natürlich nicht alles aufhalten, aber das hier ist reine inzestuöse Qualität, ihr seht es immer inzüchtig, Spindeldürr. Dann haben wir hier noch eine neue Dummkreisformerin und wir haben in den anderen Zweigen noch richtig schöne abartige Kreaturen, die wir uns anschauen, wenn sobald wir das arabische Reich erobert haben. Und damit ist es passiert, Kleinkreisformer, gerade als ich den Krieg erklärt habe, ist gestorben, zu Glück noch den Krieg erklärt habe, Kleinkreisformer 8 ist an die Macht gekommen und damit haben wir den Kreis geschlossen. Hier ist es ein perfekter Kreis, nur je zwei Elternteile, Großelternteile und Urgroßelternteile haben, ehrlich. Und jetzt kämpfen wir gegen unsere ganzen Fraktionen und auch um die Stabilität und dann sind wir durch. Deine letzten schnellen Belagerung gegen das arabische Reich, um diesen fiesen, ekelhaften Kerl zu entledigen, können wir unseren Sieg vollkommen machen und damit auch wirklich Geschichte schreiben. Damit steigt das inzestuöse Reich die absolute Macht auf. Da sind wir. Wir haben es geschafft, das arabische Reich mit reiner inzestuösen Vereinigung und einigen Entwicklungstricks zu vereinen unter unserer abartigen Klaue. Überall sind unsere Könige wunderschön mit neuen tollen Trades ausgestattet, damit das Ganze auch wirklich schön authentisch ist. Unser Lebensspanne mag zwar nicht hoch sein, aber unsere Herrschaft ist absolut. Auch wenn uns vielleicht die Fraktionen jetzt bald umhauen werden, doch das ist keine Geschichte mehr für dieses Video. Ich möchte mich bedanken bei all meinen ganzen Geschwistern, mit denen ich Kinder bekommen habe. Es ist einfach herrlich und deswegen kann ich nur noch als Kaiser des arabischen Reiches auf Wiedersehen sagen. Der gute kleine Kreisformer 8. Wir haben es geschafft und ich bin so stolz.